Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu I am Brad. Wir sind weiterhin in der Garage, dem neuen Level, der irgendwann mal bei einem Patch dazu kam. In der letzten Folge, sprich gestern, habe ich schon verzweifelt versucht irgendwas zu finden. Bin dann aber auch schon an kleineren Dingen gescheitert, wie zum Beispiel erstmal aus dieser Tonne rauskommen. Das ist alles nicht so einfach, aber ich habe mir jetzt was überlegt. Das habe ich ja in der letzten Folge am Ende nur angedeutet. Was ist, wenn ich dann erstmal hier hochgehe, praktisch so die Wand entlang oder einfach wieder zurück in die Tonne? Ja, ist auch eine Taktik. Oh, warte. Man kann sich da dagegen drücken, dann hält er sich mehr oder weniger fest, aber der Grip lädt auf. Cool. Okay. Immerhin mal einen tollen Trick gefunden, aber der funktioniert natürlich nicht immer. So, warte, wir gehen erstmal zu dem Regal rüber. Einfach, um mal kurz durchzuatmen, sozusagen. Okay. Jetzt die Frage. Wo soll es hingehen? Ich bin halt der Meinung, da sind die Kettensäge? What? Also, ich muss wohl über die Stühle gehen, weil oben geht nicht. Oder drüben geht nicht, weil da der Schimmel ist. Na, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen, ey. So nicht, Freundchen. Freund Brot, so nicht. Äh. Das sieht aus, als würde er gerade den Schraubenzieher rammeln, aber ist okay. Das Internet ist abgefuckt genug, dann kann das auch noch rein. Komm schon. Ja. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Komm schon, Mann. Lass mich nicht im Stich. Vor allem, komm schon, Mann. Komm schon, Brot. Nein, nein. Warum muss das Spiel so verdammt schwer sein? So, da ist die Stelle mit der Tür. Aber das war, glaube ich, gar nicht so schlecht, die Idee. Nur die Umsetzung war, naja, ich sage mal, leicht mangelhaft. Oh, Mann. Oh, manchmal geht es auch gar nicht voran. Ich lasse nochmal los. Der Grip, der ist eh schon wieder halb weg. Das hat keine Zukunft. Das habe ich gleich gesehen. Komm schon. Ja. Ja. Wieso ist der Deckel so schräg? Was ist da passiert? Macht den Deckel richtig auf den blöden Mülleimer? Ja. Oh, habt ihr das gesehen? Oh je, ich hänge schon wieder fest. Alter, diese Drecksbugs. Nein. Nein. Wieso bleibt man denn hier da und überall hängen? Das Spiel ist doch schon schwer genug. Nein. Bitte lass mich wieder raus. Ach, leck mich doch. Ja, ich weiß, das Spiel ist eine Alpha, bla 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 bla. Trotzdem ärgert es mich, weil es in den ersten Leveln nicht so war. Da gab es keine Stellen, wo man feststeckt. Da bin ich einfach so gestorben, mein Gott. Aber das sehe ich nicht ein. Das ist unfair. Das Spiel, das will gar nicht durchgespielt werden. Ich weiß es. Ohne Witz. Irgendwann hatte ich mit Azpott mal das Thema. Wir gründen irgendwann mal eine Spielefirma und machen dann ein Spiel. Und programmieren das von vornherein so, dass man es niemals schaffen kann. Also egal wie. Wir machen das nicht einfach schwer, sondern wir machen das unmöglich zu schaffen. Einfach nur, weil wir es können. Nein. Dafür kann ich das hier nicht. Alter. Meine Nerven. Wie soll ich das so durchhalten? Also Ziel ist es ja jetzt erstmal nur ein paar Folgen zu machen, weil wie gesagt, ich habe viel Programm. Ich werde natürlich jetzt gucken, dass ich das dann zeitnah wieder nachreichen kann, aber also geplant sind jetzt erstmal, weiß ich nicht, die Folgen noch und dann vielleicht noch ein, zwei, also vier insgesamt höchstens. Aber ich tue mein Möglichstes, Alter, ja genau. Ich tue natürlich mein Möglichstes, dass es dann irgendwie weitergeht. Es sollte das Spiel mehr hergeben. Also Bagel Race und so klingt ja erstmal lustig. Aber ich würde ganz gerne erstmal die Story, ja die haben erst auf Story da hingeschrieben, ist ja so, durchspielen. Und eigentlich würde ich jetzt das ganz gerne, oh Mann ey, die Kameraführung ist auch so scheiße. Die tun echt alles, dass man sie schafft, ne? Komm schon. Tu's für mich, nein, du blödes Brot. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ist bei dem etwas Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder warum ist das so lahm? Los jetzt, tu was Gutes, tu was Intelligentes, tu... Ach, was weiß ich denn? Guck dir denn deinen Kumpel Bernd an, Mann. Der ist so schlau, der hat es ins Fernsehen geschafft. Wenn du so weitermachst, dann schaffst du es nicht mal in den Mülleimer. Dann verrottest du einfach daneben. Wieso muss der blöde Deckel jetzt so zu sein? Was soll denn das? Wollt ihr mich verarschen? Gott, zieh dich hoch. Nein, nein, das lässt... Ach komm. Das ist doch Verarsche hier. Ja, genau, klatsch die blöde Tasse. Tolle Idee. Oh Mann, jetzt ist der Dreckstdeckel wieder... Deckel, du Arschloch. Ohne Witz. Lass mich raus. Wieso klappt das jetzt wieder nicht mehr? Das hat doch eine Weile lang so gut geklappt mit dem Mülleimer. Blöder. Drecks. Scheiß. Dings. Ey. Äh. Ohne, sag nicht. Okay. Jetzt wollte ich gerade testen, ob ich festhänge. Nein, tue ich nicht. Ich fall einfach wieder runter. Toll. Fein machst du das. So was Brot. Wenn das Bernd wüsste, ey. Ohne Witz. Der wird dir so brutal eine auf den Leib hauen. Ach komm schon. Tu's für mich. Nein. 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 Oh, Mann, ey. Drecks. Scheiß. Kackbrot. Kackbrot ist ein gutes Stichwort. Du bist so dumm zum Scheißen, ey. Gut, mal davon abgesehen, dass Brote normalerweise nicht scheißt. Aber jetzt drehe ich doch mal da rum, Mann. Was soll denn das? Nein. 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 Oh Gott. Los, hol. Nein. Ahahahahaha. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Und ich spiele es trotzdem. Drecksspiel. Rammel. Fuh. Fuh, fuh, fuh. Ja, rammel die Tasse. Ganz toll. Lenk davon ab, dass du ein Idiot bist. Ohne Witz. Ich weiß, ich habe das im Verlauf dieses Let's Plays schon so oft gefragt. Also auch in den Folgen, die schon etwas älter sind. Wer denkt sich so eine Scheiße aus und warum? Welcher Idiot kauft sich da so ein Spiels noch und macht Videos davon? Oh. Ich hätte das nie tun dürfen. Nie, nie, nie. Nein. Nicht da hin. Andere. Ja. Gutes Brot. Tja, jetzt muss ich halt irgendwie an das Regal rankommen. Komm, dreh dich. Soll ich den Mülleimer rammeln? Was Toastbusters, Alter. Vagret to the future. Oh, scheiße. Das trifft genau meinen Humor, deswegen muss ich gerade so lachen. Übe es gut. Das ist aber noch eine. Reddwarf. Ah ja, okay. Na ja. Okay. Nein. Oh Gott, das will. Nein. Oh. Sieh auf oder zu. Ah. Nein. Nein. Komm. Drecksbrot. Scheiß. Dings. Fuck. Shit. Nein, 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 nein. Ach, leck mich doch. Bread to the future, alles klar. Und Toastbusters. Ne, Baguette to the future, Entschuldigung. Mensch, die könnten von mir sein, genau mein Geschmack, auf jeden Fall total geil. Ach komm. Mach jetzt irgendwas schlaues. Ja. Ja. Nee. Das war doch mal dein Drecksgewicht, dass das blöde Ding aufgeht. Ja. Oh ne, der Grip. Nein. Ach, leg mich doch am Arsch. Weißt du, weil ich wie ein Brot das machen soll, aber tu es einfach, okay? Okay. 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 Nein. Drecks. Scheißbrot. Ich hasse dich. Merk mir nicht immer so einen Schrecken ein, Mann. Ey. Brot, Mann. Ey. Hier, Breadman. Statt Batman, wenn ihr versteht. Nein. Ich weiß, dass Batman auch nicht fliegen kann eigentlich, aber... Junge. Breadman. Nein, 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 nein. Breadman. Okay, ich stürze gleich ab. Totaler Absturz. Und das auch ohne Alkohol. Nein. Oh Gott. Hoffnungslos. Ja, da steht es immer, ne? Bewertung F. F wie... Fick dich, Brot. Darf doch nicht wahr sein. Ich krieg hier noch Aggressionen. Und das ist stark untertrieben, weil ich hab sie verdammt nochmal schon. Oh, mein Gott, ey. Ich hab echt gedacht, ich bin die das mal besser vorbereitet als beim ersten Mal. Bei meinem ersten Mal? Ja, genau. Wo? Oh, jetzt liegt der blöde Brotlaib im Weg. Komm, ich hab gestern das erste Mal wieder Toastbrot gegessen. Ich glaube... Vorerst... Toastbrot ausverkauft. Jetzt mal ohne Scheiß, was soll das? Tu nicht so dummes Zeug. Du Brot. Ach komm. Ball... Ach, nee. Am besten sollte ich gar nichts mehr sagen. Ich stell mir hier Fragen über Sinn und Unsinn dieses Spiels und stelle immer wieder fest, es gibt keinen Sinn, aber jede Menge Unsinn. Oh, Mann, ey. Nein! Nicht schon wieder so weit. Wieso driftet der immer weg von der Wand? Ey, du blödes Drecksbrot. Puh. Nein, nein, nein. Oh, nein. Falsche Seite. Scheiße, scheiße. Nein, leck mich Arschloch. Dreck. Das muss doch irgendwann mal klappen. Für die neuen Zuschauer. Bitte guckt euch die alten Folgen nicht an und guckt euch auch das bitte nie wieder an. Dankeschön. Ich glaube, das wird es viel einfacher machen, wenn ich wüsste, dass das keiner anschaut. Das Traurige ist ja, dass das Ding die meisten Aufrufe hat. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Ach, komm. Das war ohne Scheiß. Wir sehen nichts als diesen Drecksmülleimer. Nicht mal das klappt gerade. Das hat in der letzten Folge einmal so gut geklappt. Da hatte ich so eine Phase, wo ich wirklich ruckzuck draußen war aus dem Eimer. Und jetzt geht wieder gar nichts, oder was? Vor allem... Oh, jetzt stehen die Eimer so nah aneinander. Was soll denn der Scheiß? Ja, genau. Fall runter. Toll. Ganz toll. Super machst du das. Drecks Brot. Komm schon. Oh, nee. Nein. Nein. Nein, nicht den Boden berühren. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay. Kurz sammeln. Konzentration. Ruhe und Disziplin. Quasi. Ich habe das voll im Griff. Ich weiß, was ich tue. Ich kann es schaffen. Ich bin ruhig. Bin gelassen. Bin konzentriert. Und wir sind gleich draußen aus dem Mülleimer. Konzentration, Ruhe und Disziplin. Konzentration, Ruhe und Disziplin. Ja. Ja. Ja, würdest du es. Dankeschön. Genau. Ich bin ruhig. Und ich bin... Wow. Nein, nein. Alles gut. Ich habe alles voll im Griff. Bestens, Freunde. Bestens. Nein. Nein. Ruhe und Disziplin. Ruhe und Disziplin. Nein, nein, nein. Na, scheiß drauf. Scheiß auf die Disziplin. Scheiß auf alles. Scheiß auf das Brot. Mach hinne jetzt. Ach komm, da geht ja gar nichts hier. Was soll denn das? Auf. Auf und nieder. Immer wieder. Nein. Jetzt geht der blöde Deckel wieder zu. Nein. Tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Nein. Nein. Oh, ich bin doch gar nicht auf dem Boden gelandet. Wie schön. Lustig, dass das dreckige Rad im Brot offensichtlich nichts tut. Ich sehe jetzt nur an den blöden Tasten, wo ich gerade bin. Sonst ist die Sicht versperrt. Ich kann mich nicht festhalten. Nein. Ach komm, das ist doch Verarsche hier. Ja. Toll. Ich halt nicht mal wirklich über den Mülleimer hinauskomme, ne. Wie soll das noch da drüben werden? Vor allem der Ärger. Je weiter man kommt, desto größer ist der Ärger, wenn es dann versaut ist. Aber. Nein. Nein. Erstmal kurz. So, jetzt gucken wir doch mal, was es hier gibt. Little Brad Riding Hood. Das ist praktisch, äh... Rotbrötchen. 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 The Cobbett. Going Toaster. The Count of Monte Cristo. The House of the Bread. Alles klar. The Walking Bread. Fällt mir spontan noch ein. Nein. Gott des Willen. Mach keinen Scheiß. Geh noch mal in die andere Richtung, wegen dem Grip, der ja dann wohl bald dahin ist. Okay. Irgendwie an der Tür vorbei und auf dieses Regal. Das ist das Ziel. Vorläufig. Wir sind da natürlich noch lange nicht am Ende, aber... Man muss sich ja mal realistische Ziele stecken. Nein, nicht mal das kriege ich hin. Scheiße. 10 Liter hoch, verdammte Drecksbrot. Oh, komm. Das ist echt nicht mehr schön. Das Spiel ist so scheiße. Voll unfair. Ja, toll. Nein, nein, nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh. Ausrasten könnte ich. Scheiß Brot. Scheiß Spiel. Ich hasse das. Ich will das nie wieder spielen, Mann. Ich werde es trotzdem tun, verdammt. Oh, warte mal. Was können wir denn mit dem anstellen? Fällt mir gerade mal so ein. Wahrscheinlich gar nichts, wenn ich mich weiter so dämlich anstelle. Ja. Fall um. Oh, cool. War das Ding schon immer da? Jetzt mal ehrlich, das ist mir noch nie aufgefallen. Ey, das war jetzt richtig cool, die Aktion. Die Frage ist nur, kann ich es ausnutzen? Wahrscheinlich muss ich über den Feuerlöscher jetzt gehen, weil sonst schaffe ich es nicht, um unter den Boden zu berühren. Oh, nee. Okay. Kurz verheddert. Geht wieder. Okay. Jetzt muss ich halt irgendwie... Ja. Nein. Oh Gott, das will... Scheiß, Feuerlöscher, warum verlässt du mich? Warum? Was hab ich dir getan? Soll das blöde Bügelbrett wieder da? Ja. Dann halt nochmal. Mann. Ich hab so viel Spaß, das glaubt ihr gar nicht. Yay. Mit besten Empfehlungen von Schrinks, kauft euch die das Spiel, Freunde. Das macht so viel Spaß. Man fasst es nicht. Ja. Nee. Äh. Oh, das haben wir aber voll besser hinbekommen. Oh nein. Nicht so kippen, blödes Brot. Äh, Brett. Ja. Das ist gut. Das bleibt aber auch so. Nein, nicht umfallen. Ach komm. Ah, die Fortbewegung ist auch echt schwierig hier. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Komm schon. Hilfe! 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 Nein! Oh nee, komm, 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 das kannst du mir nicht antun, Brot. Ich bin so hinterm Stuhl in der Ecke, das ist doch ranzig. Oh, scheiße! Okay, ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause, glaube ich. Wir sehen uns morgen wieder und dann will ich dieses scheiß Level endlich schaffen, das gibt's doch gar nicht. Macht's gut, Freunde, vergesst nicht zu schreiben, zu bewerten zumindest und ja, dann seid ihr morgen bitte wieder dabei, würde mich freuen und mich würde es natürlich noch mehr freuen, wenn ich dieses scheiß Level schaffen würde, aber wir werden sehen. Danke, macht's gut und tschüss!